Wir sind in den Tunnel und jetzt... Guck mal, das ist gleich alles in Ordnung. Ein Tunnel in den Böderhahn. E-Brandt wird wieder gleich rechts abfliegen, auf den Böderhahn in Richtung Böderhahnplatz. SWEYCE So wie der Fall ist, um ihn zu hoch. Und dann wieder rechts. Jetzt rechts abbiegen. So bei D, und die Kacken. Händen waren zartige D. Ja, kann ich alles sagen. Bloß auf Schwedisch. Eine Mädel war ja immer aus Schweden. Das andere war aus. Kann ich fahren? Sehr gut, ne? Da hinten ist ein Atomcafé. Da hinten sehen wir ein Atomkraftwerk. Eine runde Kuppel. Sie haben hier Zwischenziele erreicht. 500 Meter links abbiegen. In 300 Metern links abbiegen. Auf Möhlansgatan. Ja, da ist schon ein bisschen die, ne? Da haben wir schon ein bisschen die zu sagen. Da ist noch ein bisschen das Atomcafé. Da ist noch ein bisschen das Atomcafé. Oder so ein Kehrwerk. Hier sieht auch noch was aus. 150 Meter links. Da habe ich doch nicht mehr an. Da bitte doch kein ξ registrantes. DasANT Das erste Ziel. Dann lassen wir abbiegen. Jetzt links abbiegen. Einmal hinten gerade rüber. Muss gesehen werden. Ja, alle. Los geht's. Das war viel. Leichter Wasserverlust. Was sie schaffen sind. Ja, 14.19 Uhr. Am 15.07.2015. Wir haben Ramadan, Stockholm. Fahr jetzt wieder raus. Das ist der Grunde. Also wir haben an der Reichen. An dem Plan gefahren bisher. Jetzt geht's nach Naka. Und bei der Gelegenheit muss ich jetzt mal sagen. Mir hat's hier sehr gefallen. Vor allem ist es immer noch eine Frau. Aber sie darf nicht so viel mit mir umschimpfen. Jetzt sag ich noch mal einen Zahlermann an. Noch mal einen Zahlermann an. Das ist natürlich eine unerfüllbare Bedingung. Das weiß ich nicht. Jetzt bleibe ich lieber zu. Und jetzt fahre rechts. Ein Hochhauwand. Im 300 Meter links fahren. Auf Johanneshoffs Neutreiter folgen. Richtung E4. Richtung Neumasplan. Jetzt links ab. Und jetzt links fahren. Und den weiß man die Arte für die Ausfahrt verlassen. Und den weiß man die Arte für die Ausfahrt verlassen. Und den Platz los. Ich höre nicht das erste Mal. Ja, da ist die Kuppel. Das Kraftwerk. Hier haben wir noch mal. Hier haben wir noch mal. In 200 Metern an der großen Kuppel. Nice. Super Prachtbauweise. Hier habe ich noch mal gesehen. Es ist eine schöne Stadtbuchfahrt. Hier Нетzahmchen. Sollten wir erstmal einer nachgucken. Ja, da wünsche ich mir, dass die Leute sich bedanken beim Zamsamen. So. Genau. Auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad. Samsab, schön. Wo ist das Merk? Jetzt reicht's Abbiegen. Ihr könnt nämlich zu Hause bleiben in den Witzfoto Reihenhäusern. Und euch das schön angucken, wie ihr das in Stockholm passt. Allerdings nur heute. Aber heute haben wir schon genug gesehen. Und das muss ja voll reichen. Und vor allen Dingen, weiß ich nicht nach Husten wie. In 200m. Den Kreisradwehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Auf dem Abbeflicken weiter. Ich hab da schon ein Schlimmes von gelesen. Den Kreisradwehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Bei der Gelegenheit können wir aber auch noch irgendwo Polizei aufgetreten. Keine Polizei vorhanden. Die Straßen sind dann so wie in Langemal in der Ukraine. Aber das bestört uns nicht. Hier ist noch nicht was zu tun. Weg den Straßen kann ich nur eine Bewertung vorhanden. Also eine sehr schlechte Bewertung darf gehen. Leider nur eine 9,9 auf der hervorbruchenden Verkommeneinskala. Die 500 wird dann den Kreisradwehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Siegneserschwächtnis auf der Verkommeneinskala. Siegneserschwächtnis auf der Verkommeneinskala. Die Bewertung und die in der zweiten Ausfahrt verlassen. Die Skala geht von 1 bis 10. 1 ist das Beste. Und ich habe auch schon mal 2 oder 3 mal 3 vergeben. Ja, ich wollte mal noch mal Verkommeneinskala. Nur wegen den Straßen natürlich. Ja, ich wollte mal raus. Ja, 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 ja. 300 Meter rechts abbiegen. Aufbauungsbegegnet an. Lassen wir mal schnell. Was haben wir hier denn? Das sieht ja aus. Das sieht ja ganz anders aus. Das sieht ja ganz anders aus. So eine Bantone haben sie da. Dann kommen wir auch nach Nackar. Jetzt haben wir die Kampen. Bei den Jungen waren die großen Meiler. Knaben. Deck. 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 Zum ganz kleinen Kitzachmann. Deck für euch. Deck. Das ist aber Kinn. Sei. Sei. Kontakt. Jetzt rechts abbiegen. Seidig. Deckzai. Deckzai. Ja, genau. Deckzai. Und dann. Deckzai heißt. Wendlicher. Wendliches Kinn. Leider. Stopp. Meine Kerle hat er ganz gut durchgehalten. Eine Riesen-City. Wieso hier stoppen? Das muss man da halten. In der ganzen Tag. Es gibt 200 Meter noch an der großen Kreuze um ihn zu abbiegen. Dann rechts einordnen. Und dann zweimaliges. Hello, how are you? Die jungen Kinder. Wieder gesehen. Richtig. Salat, Pasta, Kipa. Pizza. Das sind die insgesamt vier Stadtbeine. In der Schwedische und der Erbke. Dixit. Jetz, Dixit. Da hinten an den easy high-risers. No. den Kreis mit der an der zweiten Ausfahrt verlassen den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen in 200 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen auf Lernerleben weiter sehr stark wir haben es gesehen 1 auf Wüste 1 auf Wüste und da wie gesagt, müssen wir auch eine den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen achso total wankbar ist die Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen aber sie soll nicht mit der Luft weg, gell? die Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen die Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen auf Lernerleben weiter in 300 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen auf Lernerleben weiter Nelta gibt es ja auch nicht. Das ist wieder sehr. Sie sind da. Nessunzeln. In einem Kilometer rechts abbiegen. Hier ist das Wasser schon ganz schön hoch und hier ist noch ein paar Luka. Hier ist noch ein paar Luka. Das Wasser ist schon ganz schön. Ich weiß nicht, wenn ich mir weg war, dass wir jetzt genau auf die ganze Tage die Glocken nicht mehr verbessern. Hier ist der Nacken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist einmal. Das ist aber die Kappe. Wie lange weiter ist. Wie lange weiter ist. Das Wasser stecken Richtung Nagasjogos. Jetzt kann ich es abbiegen. In 600 Metern den Kreisverkehr an den dritten Ostern verlasse. Da ist es noch ein Finish. Da ist es noch ein Finish. Ich. Es ist gut. Es ist gut da. Jetzt nochmal weiter. In 300 Metern den Kreis mit Heer an der dritten Austahn verlassen, auf Wiegdalsenhecken. Den Kreis mit Heer an der dritten Austahn verlassen. In 200 Metern den Kreis mit Heer an der ersten Austahn verlassen, auf Wiegdalsenhecken. Den Kreis mit Heer an der ersten Austahn verlassen. In einer Stockholm Taxi rein. Hier ist ein rechter Bied. Die Kinder werden aus dem Weg. Die Kinder aus dem Eiler. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Dann muss ich verlaufen, oder? Das ist ein Standardzentrum hier. Was ich brauche? Hey, ich habe andere. Ja. Den Kreis mit Heer an der dritten Austahn verlassen. Ganz hoch. Da ist ein Turm da oben. In 200 Metern den Kreis mit Heer an der zweiten Austahn verlassen, auf Wiegdalsenhecken. Dem Kreis mit Heer an der zweiten Austahn verlassen. Erste Austahn. In 200 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ostfahrt verlassen, auf Herrn Döfheggen. So, die Kappen in zweimal 1. Den Kreisverkehr an der ersten Ostfahrt verlassen, in 500 Metern halbrechts abbiegen. Die Kappen in der Schiffhausen. Ja, ich sehe das. Wo war der jetzt? 300 Meter halb rechts abbiegen, auf Jäderleben Richtung 260, Richtung Eltharn. Die Tonnenleister heute von uns muss hier in der Eiche stehen, eine komplette Stadtrundfahrt, in Stockholm mit aller Peripherie, Jens halb rechts abbiegen, in der Eiche, in der Eiche, in der Eiche. In einem Kilometer den Kreisverkehr an der dritten Austart verlassen. Die Runde ist ein In Branden wird Mietern den Kreisbandwehr an der 3. Osttart verlassen, auf Navierabdecken. Den Kreisbandwehr an der 3. Osttart verlassen. Den Kreisbandwehr an der 2. Osttart verlassen, auf Navierabdecken. So, und dann, ohne Achse, nicht gesungen, das war bis jetzt. 5,9 Kilometer der Straße folgen. Dann müssen wir erst mal die Angebühr anhalten, das ist wieder heiß. Interessant. Das ist hier der Staubwollbahn. Die sind jetzt voll blieb. Aber auch eine Kopfturfreund. Dramatnach geht so fast weg. Das ist so, wenn man die Kopfturanz macht. So, und zu verhindern. Auf die Busfahrerwelt. Hier auf Wassernord. Und dann, wenn wir mal schauen, was er probiert. Dann gehen wir mal einen Schuss. Hier ist die Beinwein. Das ist der Beinwein. Das ist der Beinwein. Das ist der Beinwein. Dad das will ich herabieren. Das sind Waldelflucky. Auch hier, Vision. Die Evelynse hierher natürlich, Basically, Etna Flucke, von Virginia, die Vürdd profitieren. という Art 53. die wollen wir noch unterstützen Das überschließte Zwiebeln. Alter! Das überschließt.